Was geht, meine Freunde? Seid herzlich willkommen! Schon lange nicht mehr gezockt, aber bestimmt hart vermisst worden. Der Schäporek! Heute in einer God-like-Map. Zusammen mit Deko. Wuff. Allöche Mutschatschows und Fick dich, Marvin, dass du mich wieder in diesen Schäporek setzt. Die Nüsse sind gekrault. Oh, Deko? Ich bin... Ja, äh, ja. Naja, also ich bin, äh, amused, not amused. Deko? Sagen wir so. Ja, bitte? Ich glaube, es war noch nie so schnell ein Video werbeunfreundlich. Danke dir erstmal dafür! Was habe ich für ein böses Wort gesagt? Ach, nichts hast du gesagt. Ab geht's! Ah, 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 habe ich wirklich ein Schimpfwort genutzt? Ja, hast du! Innerhalb von 20 Sekunden! Bitte dich, der Filter! Das werde ich doch bestimmt nicht wiederholen! Fick dich, Marvin, oder sowas. Oh, oh Mann, okay. Du machst es immer besser. Hallo, ich kann aber nichts dafür! Das ist mein Tuchel. Ja, fäng dich, Mann! Ja, fäng dich, Mann!